Ja, Ihre Töchter helfen auch. Ja, die... Ist das denn für... Ich meine, ich habe ja eine Tochter kennengelernt, die haben Sie ja mitgebracht. Ja, ja. Eine ganz reizende junge Frau, sieht toll aus. Ist das für eine junge Frau die richtige Arbeit? Da war ich auch erst am Zweifeln. Unsere Kundschaft frucht immer eher skeptisch, weil sie sieht schon aus, ein bisschen modelmäßig. Und wenn die dann anfängt und die fängt dann mit an, trägt den Fernseher raus und die führt ja das Team auch. Die hat die ganze Verantwortung, ich bin auch froh drum. Und ja, Frauen sind, habe ich auch festgestellt, ich habe erst mit Männern zusammengearbeitet. Frauen sind geordneter, das geht alles wie von der Hand. Ein Mann muss ja praktisch wie so eine Dienstanweisung hinhängen. Eine Frau, ich habe jetzt die zweite Frau, macht das von alleine. Also die lernt schneller, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wird was mit der... Aber gehen, es tut mir leid, wenn ich da in irgendwelchen Vorurteilen rumwühle, aber gehen Frauen nicht auch emotionaler an so einer Arbeit im Zweifelsfall dran? Und behindern die Arbeit auf die Art und Weise dann auch? Im Gegenteil. Im Gegenteil? Im Gegenteil. Eher Männer, emotionaler. Und sie sind geordneter, zielstrebiger. Und von der Kraft her, also jeder, der mit uns gearbeitet hat, weil ab und zu wechseln die Aushilfe. Wir sind ja so ein großes Unternehmen, dass ich jeden Tag sieben Leute Arbeit geben kann. Und die sagen dann, Mensch, die arbeiten aber... Ja, da bin ich immer stolz drauf, dass meine Tochter doch das Richtige macht.